Herzlich Willkommen in der Welt von Thurasia. Wir sind der führende Schweizerreiseveranstalter für Asien. Ob Badeferien in Thailand, Wellness in Indien, Kulturreise in China oder Abenteurtrip auf Papua. Bei uns sind sie für ganz Asien an der richtigen Adresse. Jetzt zeige ich Ihnen, wie es bei uns so zu und her geht. Bei uns wird jeder Kunde zu empfangen. Hier sind wir bei der Produktmanager. Neben dem umfassenden Angebot geht es uns auch um die Qualität von jedem Hotel und jeder Rundreise in unserem Katalog. Uns geht es darum, die 20 besten Häuser vom 3-Stern-Haus bis zum 5-Stern-Luxus-Resort, vom kleinen, charmanten Boutique-Bungalow-Resort über coole Designhotels zu top luxuriösen Poolvillen anzubieten. Und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf unserer Rundreise erlebt sie mehr als nur ein paar Tempel zum Besichtigen. Jedes Tagesprogramm wird genauestens überprüft und das Wichtigste sind natürlich unsere lokalen Reiseleiter, die Ihnen auf sympathische Art und Weise Land und Leute näher bringen. Natürlich haben wir auch einige Geheimtipps für Sie bereit, aber die besprechen wir lieber persönlich mit Ihnen. Unsere Firma ist im letzten Jahr regelmässig mit dem goldenen Travelstar als bester Schweizer Reiseveranstalter für Asien auszeichnet worden. Auf das sind wir natürlich stolz und es spornt uns umso mehr an, jedem Kunden die perfekte Traumreise zu organisieren. Unsere Reiseberater sind alles Reiseprofis und Asienfans, die tagtäglich ihr grosses Know-how einsetzen, um die perfekte Reise zu organisieren. Oh, das ist gerade gut. Hören wir mal am Röni zu. Also, wenn Sie noch kurz in Bangkok sind und dann möchte ich die Wellness machen, dann würde ich auf Hua Hinhaben, würde ich dort ins Asara Villa und das Weithotel an einem wunderschönen Strand gelegen, nicht weit von Bangkok weg und sicher ganz ein gutes Paar. Da sind wir in der Westschweizabteilung, wo wir unsere französisch sprechenden Gäste im Welschen betreuen. Bonjour. Jetzt gehen wir zum Schiff. Oh, schon halb zwei. Möchtest du noch? Das sind unsere Kunden drin, wissen Sie. Warum Biturasia buchen? Reisen, das ist heute Lifestyle. Ein Gast möchte seine Reise auf seine persönlichen Ansprüche zugeschnitten haben. Und genau da kommen wir ins Spiel mit unserer Erfahrung und unserem Qualitätsdenken. Biturasia gibt es ein Concierge-Service, wo alle Kunden davon profitieren. Ob eine Reservation in einem Trendrestaurant, ein Tea of Time bei einem Golfplatz buchen oder gar einen Blumenstrauss zum Geburtstag. Das macht alles in der Tourasia Concierge. Da reden wir doch wirklich von echten Ferien. Für die Qualität unserer Produkte, da stehe ich jederzeit persönlich mit unserem Profiteam ein. Wie geht es euch? Das macht es euch! Bis zum nächsten Mal!